Wir brauchen noch ein Restroom-Key. ALTER! Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Folge Folterdom. Heute mit Pesadelo, einem brasilianischen Spiel. Oder wieder vorgeschlagen in den Kommentaren und ich würde sagen, klick. Wir entern und besiegen das Spiel vor allem. Grafisch nicht auf höchstem Niveau, momentan noch in der Beta-Phase. Aber soll wohl relativ gruselig sein. View, Walk, Jump, Interact und Escape. Escape ist gut. Turn the generator on to light up the station. Okay. Generator. Generator. Jetzt ist es ja mega dunkel hier. Open, locked from the other side. Alles klar. Da ist irgendwas auf dem Boden. Was liegt denn da? Wirkt mich so langsam, habe ich das Gefühl. Was liegt denn hier an Schlüssel? Gut, dass ich viel sehe. Hier sind ganz viele verschiedene Türen. Okay. Ich sehe nichts, ne? Also ich... Haben wir eine Taschenlampe schon jetzt parat? Ne, ne? Schade eigentlich. Wir müssen wahrscheinlich hier rein. Gehen wir einfach straight hier rein. Ich denke, es wird schon richtig sein. Da! Eine Wealth ist missing. Eine Wealth. F. Geil. Haben wir hier noch? Noch ein Mini-Key. Alles klar. Wie gesagt, können wir nicht machen. Wealth fehlt noch. Spare Wealth ist in der Administration Room. Gut, dass du das sagst. Warum? Okay, wir müssen da lang, oder was? Gehen wir da raus? Administration Room. Hier war der Exit. Hier kommen wir her, oder? Hallo? Burger! Ja, Administration Room ist hier. Da ist Rest Room. Ah da! Hier ist der Rest Room. Hier ist Administration Room. Unlocked. Alter! Boah! Generator 4, 2, 1, 3. 4, 2, 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3 Oh Gott, ey Ich bin grad schon mega erschrocken, ne? Was für ein fucking Scheißspiel 4, 2, 1, 3 Hab ich nicht vergessen, die Worte Die Zahlen, die Worte Spinnen Spinnen Du spinnst doch Du spinnst auch Run and Wave, war das grad auch schon da? Was hab ich denn jetzt angemacht? Kann ich sehen, ne? Hier sind Schienen Oh, yo Hier nochmal kurz zum Restroom, okay? Ah, das ist Warehouse Don't let's see you Was ist denn das? Was soll denn das sein? Bitte Ach, ne Lampe Wo geht denn das Licht an? Nirgendwo Ja, geil Da fehlt irgendwo Licht Auf jeden Fall Ja, wir haben hier jetzt die vier Sachen angemacht Die vier Farben, ne? Des Glücks Und wir müssen mal gucken, ob wir jetzt irgendwie noch was finden Gehen wir hier zum Warehouse Da ist doch auch bestimmt irgendwas Gutes Gehen wir mal auf die Schienen Es waren Schienen eben, alles klar Okay Okay Warehouse Rein da Door is stuck Find the door key Okay Axel is locked Ja, klar Find for master keys Don't look back Dial the code Wo denn Drehe mich auch nicht um Jetzt vergessen Mach ich nicht Don't look at it At what? Locked Locked Screwdriver Okay Scheiß Musik Hör auf Hör auf, so scheiße zu sein Was können wir mit einem Screwdriver anfangen? Hier irgendwas? Ne, ne? Ich bin auch auf hier Ja, ich bin dabei Find for master keys Ach man Unlocked Okay Alter Alter Minikey Master key Master key Den ersten master key haben wir schon mal gefunden Ja, solche Games mag ich aber Die sind kurz Die sind knackig Findet man stuff Ich hab eben auch mal haunted ausprobiert Hab eigentlich haunted zuerst aufgenommen Aber haunted war gar nicht so mein Fall Weil das Zu lange gedauert hat Ganz einfach Es dauerte einfach zu lange Wir gehen nochmal zum restroom Weil da Ist nämlich oben Das Licht Das wir noch einfügen müssen Aber falsche Seite Oh nein Wir müssen ja ganz rüber wieder Okay, wir gehen mal einen Versuch über Das ist in Ordnung Warum können wir denn nicht laufen? Das ist ja ein bisschen doof Komm, jump Mein Junge Jump Um dein Leben Da ist der Hallo? Achso Oh Da ist mein Taschenpächer ausgegangen oder so Hier ist der restroom gewesen Da ist auch noch eine Tür Hab ich die eben schon gesehen? Keine Ahnung Hier ist so ein blaues Licht Was? Warum auf Auf Brasilianisch Oh, hier ist eine Schlüssel Masterkey Jetzt wüsste ich mir gerne Was der gesagt hat Keine Ahnung Wir werden es nie erfahren Nie Wir müssen acht geben auf die Schlüssel Vielleicht ist ja noch irgendwo Schlüssel im Klo oder so Wir haben jetzt schon zwei Masterkeys Die ist immer noch unlockt Wir haben ja auch nichts anderes geiles Zum Aufnehmen gefunden 4, 2, 4 Alter, jetzt verstehe ich das 4, 2, 1, 3 Now I get this Wir müssen die Reihenfolge wahrscheinlich machen Zuerst 4, danach 2, danach 1, danach 3, oder? Nicht alle nacheinander drehen Ich glaube das macht wenig Sinn 4, 2, 1, 3 Wir können die nochmal drehen Geht das? Nee, ne? Können wir die zurücksetzen oder so? Ah, okay 4 2 1 3 Run 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 Alter Oh Gott Ich würde mich kurz alles hinsetzen Alter Locked Locked Ich würde dir super gerne nochmal Alter Bitte hör auf Bitte hör auf Alter Was? Hier ist blaues Licht DoorCode 2 3 3 1 Aber Wir haben den DoorCode noch nicht 2 3 3 3 3 1 Wir brauchen aber den Code Wir brauchen den Code vom DoorCode Wir brauchen den Knob Jo, gönn dir 2 2 3 3 3 3 1 Oh Gott 2, 3, 3, 1 Hau weg, geh weg Ich bin noch was auf den Schienen vielleicht 2, 3, 3, 1 2, 3, 3, 1 2, 3, 3, 1 Ist auch nichts mehr, ne? Doch, hier Panel Alter 2, 3, 3, 1 2, 3, 3, 1 Enter Dann geh auch auf Master Key Wir brauchen noch ein Restroom Key Alter Alter Ah 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 2 Minikees mehr Alter, nein! Warum? Warum machst du das mit mir? Was? Was? Wieder mal ein Key. Blablabla-lablabla-lablabla-lablabla-lablabla-lablabla-lablabla-lablabla! Ist hier ein Key? Ist hier ein Key? Alter, was? Nein, nicht ausgehen. Licht. Na geil. La la la. Boah, dieses Geräusch, ne? Das schlimmste Geräusch auf Erden. Okay, wir müssen, wir müssen... Ist hier ein Key irgendwo noch? Bitte, lass mir, gib mir ein Key. Please. Was war denn hier noch? Komm, geh da rein. Drei Minuten noch. Locked. Hier war nichts mehr, ne? Nein. Alla. 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 Hier vielleicht noch. Alles mal abkrabastern. Da, da. La 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 la. Miniki, haben wir gefunden. Los. Rennen. Noch drei Minuten haben wir Zeit. Oh Gott. Wo denn? Da hinten war das, ne? Hier. Rein da. Mach auf. Take it. Was? Chevrolet Mestre? Was ist das? Was? Was ist Chevrolet Mestre? Was? Master Key heißt das. Chevrolet Mestre heißt Master Key. Oh. Wir haben es geschafft, Leute. Oh Gott, meine Haare. Ey. Hammer krass. Wir haben es geschafft. Wir haben es, wir haben es geschafft. Alles klar. Nicht nochmal. Nicht nochmal. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt, holt das Dom. Danke fürs Zusehen. Hounds Rhyme. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Ciao. 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 Ciao.